Mein Name ist Sven Rannen. Ich arbeite seit 1989 bei der Firma EXPAC, habe früher in der Produktion gearbeitet und bin jetzt der Vorarbeiter der Firma EXPAC. Ich bin erstmal die Leitung natürlich, Einteilung der Mitarbeiter, Personalführung, die Koordination der Verpackung, der Herstellung der Verpackung. Diese Sachen gehören halt zu meinem Aufgabenbereich. Unser Maschinenpark ist natürlich in die Jahre gekommen, sag ich mal. Dadurch haben wir uns dazu entschlossen, komplett den Maschinenpark einmal zu überarbeiten und natürlich auch durch die neuen Maschinen, durch die neuen Seng natürlich auch wesentlich leistungsfähiger zu werden, um noch schneller im Prinzip die Kundenwünsche zu erfüllen. Musik